Nimm dir ein paar Minuten Zeit für dich. Sorge dafür, dass du nicht gestört wirst. Komme zur Ruhe und schließe deine Augen. Atme dreimal tief in den Bauch ein und lang wieder aus. Lasse deinen Atem nun wieder ganz normal fließen. Konzentriere dich dabei aufs Ein- und Ausatmen. So nutzt du den Atem, um deine Aufmerksamkeit nach innen zu lenken. Sollten Gedanken kommen, lasse sie wie Wolken vorbeiziehen. Halte nicht an ihnen fest. Erlaube dir, bei jeder Ausatmung alles loszulassen, was dich beschäftigt. Gib nach außen ab, was du nicht mehr brauchst. Winkle deine Beine an, wenn du liegst und stelle deine Füße auf. Spüre den Kontakt zum Boden. Stelle dir ein warmes Licht vor, das über deinem Kopf schwebt. Und bei jedem Atemzug fließt dieses Licht in deinen Körper. vom Kopf in deinen Hals zu deinen Schultern deiner Brust deinen Armen zu deinem Bauch zu deinem oberen Rücken und unteren Rücken. Das warme Licht fließt in deine Hüften in deine Oberschenkel und deine Unterschenkel bis zu deinen Füßen. Vielleicht spürst du ein leichtes Kribbeln. Genieße dieses Gefühl der tiefen Entspannung. Das warme Licht durchflutet deinen ganzen Körper von deinem Kopf bis zu deinen Füßen. Spüre die Energie. Genieße den Moment. Genieße den Moment. Und dann bewegst du einfach wieder deine Füße und deine Hände. Streckst dich ein wenig, wenn du magst und komm zurück in den Raum, in dem du dich befindest. Atme noch einmal tief ein. Öffne deine Augen und spüre der positiven Energie nach. Genieße für einen Moment noch die Entspannung und kehre dann in deinen Alltag zurück. Und dann meliß mir wieder das. Und dann meletere dich, deine politik. So, jetzt löst du dich. So, jetzt löst du dich. Vielen Dank.